herzlich willkommen zurück bei minecraft get down ja alleine mal sehen ob wir nächste folge wieder zusammen aufnehmen es und es ist eh mal gucken das ist die map werden wir nicht oder es ist vielleicht eine neue map das könnte sein das könnte sein dass es eine neue map ist aber es hat tropft oh man ok 4 coins minus wie hat man überhaupt an anfang da kann ich noch drauf darf ich das bis dahin na nein doch nicht klar ist tot dann muss ich mal jetzt da hin oh komm komm heilen heilen schneller bevor hier einer kommt oder das weg geht komm 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 noch ein stück oh gut noch geschafft gut bin im weg sind drauf gekommen soo soo ist sie jetzt weggegangen hier ne nein ach bin ich oh nein so ein guter versuch gewesen da drauf zu kommen oh ne aber naja vielleicht komm ich denn da drauf außer ich sterb davor also die sterbt davor haha hmmm na ja plt drei Mario. Das, me, Mario. Da drüben ist eins, aber wie kommt man denn da hin? Oh, das war knapp. Ja, hab ich schon mal abgeräumt. Oh, 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 oh. So. Wo geht's lang? Ach, meine Güte. Ne, 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 es hängt fest. Boah, das war knapp ey. Dann da drauf, dann da drauf. Vielleicht komm ich da hin, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte schaffen. Aber. Oh, 15, 10, 11, 6. Ach, meine Güte. Ich gleich Schluss und ich hab verpasst. Und das war der Schluss. Ah. Mal sehen, wie viele Punkte ich krieg. Da hin, da hin. Da hin. So. Da drüben ist eins. Oder da. Lieber hin. Ach, glaub ich schaff's nicht mehr da hin. Ach, meine Güte, da geh ich erstmal da hin. Dann geh ich da hin. Hab's auch ein paar. Na. Teleport. Boah. Das war knapp. Ob ich dich schaff? Hmm. Ist die gute Frage. Was? Ich führe grad. Okay. Ja. Hab geschafft. Ach du Scheiße. Boah. So. Oh Mann, das bringt bestimmt vier Hätze weg hier. Ne, doch nicht. 60. Lücke bin ich nur noch entfernt. Nicht schlecht. 50. 44. 40. Mhhh. Nein. War ich so gut. Oh nein. Ach, schade. Oh. Oh. Auch abgestürzt. So. Gucken wir mal. Oh. Oh. Ouch. Oh. So. Vielleicht ist dies was gutes. Lucky. Oh, oh, meine Herze. Kann man die Herzen nicht aufladen? Na durch diese Gelbendinger könnt man lösen. Oh, das war knapp, knapp. Oh nein, ich weiß nicht wohin. Ohne dass ich sterbe. Dann werden wir da rüber, aber es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Schade Limonade. So. 30 Sekunden war ich bisher dann. Oh nein. Zu viel Appelstürze. Okay, BVB ist dran. Oh, 300. Ist jedenfalls besser als das andere. Aber könnte man, da habe ich noch 100 frei. Hm. Habe ich auch nur noch drei. Hm. Sie sehen zwar bedeppert aus, aber dafür habe ich noch ein paar übrig. Späts. Okay. Auf jeden Fall das hier. Und vielleicht noch den hier. Ne, mein Schwert könnte ich es machen. Schärfe Kuss C. Jawohl. Schade. Und dann noch essen oder irgendwie was. Trinken vielleicht. ist das nicht mehr. Ich weiß nicht. Nein. Schade. Reicht es mehr. Ja. Golden Apfel. Geht auch nicht. Äh. Na ja. Bisschen Eisen. Neun. Neun. Alter. Die gehen alle unten drunter durch. Ui, ei, ei. Acht. Hm. Diamanten. Ich sehe schon. Top 6. Ist ja was drin. Huuu. Alter. Geil. Alter geil. Alter geil. Eisenschwert ist was, hab ich ein bisschen für ein Schwert. Geilung. Essen. Wow geil. Aber die sind meistens hier. Ich bin zu aufgeregt ey. Oh, oh, da kommt er noch. Nein! Ach, schade. Verhalten ist oft so. Ach, Mann. Na ja. So, guck mal den mal zu. Der rennt weg da vorne. Moistetreide. Jawoll, solltet man wichsen, die gletschen. Wo? Der, der mich getötet hat, ist gestorben. So, jetzt fehlt nur noch einer, aber ich habe mal Diamantenrüstung angehabt, das fand ich schon mal gut. Ah, für das habe ich jetzt mal einen Bogen, ich weiß gar nicht, wie teuer ist so ein Bogen eigentlich. Wie viel Coins? Na, der versteckt sich. Nee, nee, nee. Ah, erwischt. Ah, erwischt. Ah, erwischt. Ah, erwischt. Ah, erwischt. Oh, nee. Du feige ist der Typ da oben. Ah, erwischt. Ah, erwischt. Das ist das, das ist das, das ist das. Ah, erwischt. Das ist das, das ist das, das ist das. Ah, erwischt. Ahm, oieieiei. So. Ist auch wo da irgendwo? Wo ist denn da hin? Oh, da versteckt sie es eh. Das gibt es doch nicht. Da drüben. Ich habe den Namen gesehen. Da ist er. Da geht sie, geht sie. Na, Junge, ihr habt denn nicht mehr so viel Zeit. Na, jetzt. Okay, das war die Runde. Gut, das war die Runde. Dann sage ich es mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und noch ein dickes Aspire. Tschüssi. Und wenn es euch nicht gefallen hat, nicht den Daumen vergessen.